Bella, die geliebte Dalmatiner Hündin der Familie Reich, wurde entführt. Kurz darauf erhielt die Familie eine Nachricht mit folgenden Inhalt. Zahlen Sie bis morgen 18 Uhr 50.000 Euro oder Sie sehen Ihre Bella nie wieder. Red Giants. Chefinspektorin Lara Fischer und Chefinspektor Amar Kovac ermitteln in diesem Fall. Zur Recherche nutzen Sie auch die Datenbank der Polizeiinspektion. Einfache SQL-Abfragen helfen Ihnen dabei schon weiter. Der Erpresserbrief wurde mit Red Giants unterschrieben. Kann es sein, dass es eine Bande ist, die wir schon in unserer Datenbank gespeichert haben? Das ist gut möglich. Schauen wir einmal nach. Wenn ein Verdächtiger oder eine Verdächtige in einer Bande ist, speichern wir den Bandennamen in der Tabelle Verdächtiger ab. Wenn wir also alle Bandennamen dieser Tabelle anzeigen, wissen wir, ob die Red Giants dabei sind. Mit Select Bandenname from Verdächtiger erhalte ich alle Bandennamen. Oh je, bei den langen Listen und den vielen Mehrfacheinträgen dauert das länger, bis wir die Red Giants gefunden haben. Kann man denn diese mehrfachen Einträge nicht irgendwie eliminieren? Ja, das ging doch mit dem Schlüsselwort Distinct. Ich füge es in der Abfrage nach dem Select ein. So ist es schon übersichtlicher. Mit Distinct werden mehrfache Einträge in der angegebenen Spalte zu einem zusammengefügt und wir erhalten eine Taggebnistabelle mit allen Bandennamen. Das hier schaut aber nicht wie ein Bandenname aus. Was bedeutet dieses Null? Du hast recht. Das ist kein Bandenname. Wenn Verdächtige nicht in einer Bande sind oder wir das noch nicht wissen, bleibt das Feld in dieser Spalte leer. Diese Nullwerte werden mit Distinct ebenfalls zusammengefasst und ausgegeben. Damit diese nicht angezeigt werden, schränke ich die Abfrage ein, indem ich die Bedingung where Bandenname is not null hinzufüge. So, jetzt haben wir nur mehr die Bandennamen in der Ergebnistabelle stehen. Hmm, Red Giants sehe ich dabei aber keine. Amar, schau mal, da ist noch etwas im Kuvert. Ein rotes H. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Wir haben doch in der Tabelle Verdächtiger auch die H-Farbe gespeichert. Lass uns doch mal die H-Farbe zusammen mit dem Bandennamen ausgeben. Durch die Anwendung von Distinct auf Bandenname und Haarfarbe erfolgt die Überprüfung auf Duplikate genau auf diese Spaltenkombination. Jetzt wissen wir, dass zum Beispiel die Mitglieder der Bande Bluebirds ausschließlich hellbraune Haare haben und die der Supergirls rote und braune Haare. Wenn ich mir die Ergebnistabelle so ansehe, fällt mir auf, dass es bei der Bande Giants nur rothaarige Mitglieder gibt. Ob die vielleicht ihren Bandennamen geändert haben? Lass uns einmal bei denen vorbeischauen. Die Bande hatte tatsächlich ihren Namen geändert. Doch Chefinspektorin Lara Fischer und Chefinspektor Amar Kovac konnten mit Hilfe von Distinct doppelte Eindräge in der Ergebnistabelle eliminieren und durch ihre Kombinationsgabe Bella wieder heil nach Hause bringen.